Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin morgen das Jahr Komponent Fragta und ich bin in Agatha Christie The, ne in dem Fall sogar, The ABC Murders. Gut, ich glaube zu der guten Frau Christie muss man nicht viel sagen, wenn ich mich richtig insinne, wurden ihre Bücher mehr als 4 Milliarden Mal bereits verkauft, ich glaube die hat die Bibel abgehängt. Ihre Bücher sind erfolgreicher, inhaltlich auch logischer, stringenter, spannender und vernünftiger, wir wollen hier keine Religionskritik beginnen. Ich habe mir das Spiel die Tage irgendwann gekauft in so einem Bundle, ich kann euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was das überhaupt für ein Spiel sein soll, ich tippe natürlich auf ein Adventure, ein Shooter würde mich ehrlich gesagt überraschen mit dem, Namen im Titel. Für mich stellt sich im Prinzip eigentlich nur die Frage, ist es ein klassischer Point-and-Click-Adventure oder ist es ein Wimmelbild-Adventure? Also, das schließe ich jetzt einfach auch aus dem Konstrukt hier, dass ich hier meinen Namen so eingeben, also hier so Montieren gehen sollte und die Eko-Punkten oder sowas. Also, ich lasse mich jetzt mal überraschen, wir gucken einfach mal, was ist das für ein Spiel. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Intro nicht mit der Musik läuft. Ah, Inspector. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, You fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Hendover on the 21st of the month. Yours extra. A. B. C. Oh, it's some sort of joke. Maybe, but please remind me to inform Chief Inspector Chapp. K. O. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich dachte, dass er abträgt der Gamaschen. An den Anerknecht hat, glaube ich, die Gamaschen an den Schuhen gehabt. So, äh, was? Also bis jetzt, würde ich sagen, das ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure, oder? Nein, die Maus ist ein bisschen sehr schwergängig. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ah ja, auf den Boden klicken, ja läuft. Okay. Das heißt, wir haben auch kein, das ist kein Wimmelbild-Adventure. Das ist im Allgemeinen eine andere Art von Steuerung. Da klicken wir uns ja im Allgemeinen durch irgendwelche... Wobei, warten wir erst mal ab. Over hier, es ist Hastings und Poirot. Du bist der 9 o'clock train? Wir haben die 0.30 Uhr. Luggerlich, die Service ist gut zu Andover. So, Chief Inspector. Was haben wir? Die victim ist Alice Ascher. Sie hat diese Tabakko-Shop. Sie wurde gestorben gestorben mit einem Blut zu den Händen. At was Zeit? Let me just check. Okay, was ist das für eine... Ah, das ist Sprechen. Was ist das? Ach, das ist Beobachten. Welche Bemerkung dann? Ist Jab being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Ah, okay. Das ist eine entspannte Haltung. Das ist eine entspannte Haltung. I bet he thinks he is already called the culprit. The last customer to see Mrs. Ascher alive left her shop at half past five. The body was found at around eleven in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Ascher? In her fifties. Married but separated. No children. A husband? Aha, Franz Ascher, the husband. Alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Do you think he's guilty? We'll look for Franz Ascher. If he doesn't have an alibi, the case is closed. A very unoriginal murder. Peut-être. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Also, ich muss ja sagen, von der Zeichnung und von der Art, wie diese Räume dargestellt werden, daran erinnert mich das sehr an, ähm, mit Kings Quest, sondern, ah, wie heißt es denn mal? Baphomete's Fluch. Hm, daran erinnert mich das. So. The place is unusually tidy for a crime scene. Das finde ich ein interessantes, äh, äh, Werkzeug quasi. Nothing suggests any sign of a fight. She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. Hm, da ist ja nicht viel Platz. Ich würde ja sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Also, erstens, sie hat sich nicht bedroht gefühlt. Sie hat ja offensichtlich da ihrem Opfer, äh, Quatsch, auf ihrem Täter den Rücken zugedreht. Entweder war es ein Kunde, sie hat sich zum Regal umgedreht, um es aus dem Regal zu nehmen, deshalb hätte sie ja keine Angst haben müssen, äh, hat sie ja keine Misstrauung gezeigt, oder sie kannte ihn vielleicht sogar, oder sie kannte ihn vielleicht sogar, aber... She just has one wound on the back of the head. She has a packet of Play Cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? Hmm, ein sauberer, harter Schlag. Hmm, the body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers might have thought that Mrs. Asher had popped out. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. There are cigarettes pa... The teal does not appear to have been touched. I have to check that nothing is missing from it. Something is preventing the drawer from opening. It would be best to examine the rest of the teal. It is blocked by something. It is blocked by the other hand. 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 Was soll ich jetzt hier? Weil ich kann scheinbar nichts anpacken. Was auch gegen Mimmo Build Adventure spricht, da gibt es ganz oft zu Hilfen. So ein kleines Symbol, das heißt, kann man klicken, da kriegt man angezeigt, was man machen soll. Das fehlt hier auch. Das scheint also ein ernsthaftes Kriminal-Point-and-Click-Adventure zu sein. It is blocked by some... The door is locked. Das ist ein kleines Symbol. Das ist ein kleines Symbol, das ist ein kleines Symbol. Hm, okay, die scheinen nett für Unterhaltung dazu sein. Mag sein, aber ich kann nicht auf die Tür zugreifen. Und mit dem Bobby, also mit dem englischen Polizist hier, kann ich auch nicht sprechen. Ach, die haben beide Gamascheln an den Schuhen. Hm, mit dem kann ich auch nicht sprechen. Scheinbar erwartet das Spiel, dass ich noch irgendwas drin erledige. Hm, ich habe doch die Registrierkasse. Also, auf den Zettel kann ich natürlich auch nicht zugreifen. Ja, da gibt es jetzt aber nicht viel zu tun. Man könnte gucken, welche Seite aufgeschlagen sind da. Ah. Da sieht er so ohne Pulver und alles. So, Poirot, any news? So, an ABC-Guide with no fingerprints, but prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC-Guides. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbours? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Red liquid is oozing out. Is it blood? No, it's just some strawberries that are losing their juice. They probably come from the fruit and vegetable shop opposite. The counter is covered with fingerprints all on top of one another. Unfortunately, it will not be possible to use them. The tail does not appear to have... Ah, die kann ich nicht ausdrehen. So, jetzt müsste es eigentlich aufgehen. Something is... Moment. So, kompliziert sie nie doch gerade vom Mechanismus. Ah, ist wieder auf Zug. Ah, ein Mechanismus hat gerade ein Fan-Klick gemacht. Ja, jetzt hat er es. Gut. The tail is full of money, but there is something strange. Ja, wer schlägt die und nimmt die Kohle halt mit? Something is eaten underneath. Something is eaten underneath. I need to find a code. Hm. I need to find... Zwei steht am Ende. Zwei steht am Ende. I need to find a code. Something is eaten underneath. Zwei steht am Ende. Zwei steht am Ende. Zwei steht am Ende. Zwei steht am Ende. Da ist auch noch eine Zahl, da ist die 8, da ist die 2, da ist die 5, 8, 5, 2. Das muss der Schlüssel sein. Die Tür ist lockt. Geh doch. Blood. Did Alice Usher suffer from nosebleeds? An inscription in German. Souvenir of our honeymoon in the black forest. To my Alice forever, Franz Usher. The Usher's were a lovely couple when they were young. What a strange box. It looks like you have to slide the slats of wood to open it. Jetzt haben wir wieder so ein Rätsel. Ah, ja, ja, ja. Okay, es soll ja auch so Puzzle drin sein, sonst wird das ja... Ja gut, wir können da ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure machen, ohne solche Puzzledinger drin. Ähm, aber das sind einfach so Features, die haben sich einfach so ein bisschen rein etabliert in dieses Sub-Genre, eben diese Krimi-Adventures. Ähm, ich bin mir ganz sicher, ob das nicht vielleicht sogar eine Anregung ist, eben wieder aus diesen Wimmelbild-Adventures, dass eben... Die Wimmelbild-Adventures haben sich aus den Adventures ja entwickelt aus den Point-and-Click-Adventures. Und jetzt gibt's tatsächlich auch wieder verschiedene Spiele. Da merkt man, äh, die lehnen sich an die Wimmelbild-Adventures an, sind aber wieder dichter dran am klassischen Adventure. Hm, das Gefühl habe ich hier auch die ganze Zeit. Es ist schön gezeichnet, sieht gut aus, sie nennt mich, wie gesagt, ein Basel mit Fluch. Ähm, es ist schön vertont. Ja, gerade hier der, äh, Axon-Francay vom, äh, Monsieur, äh, Monsieur Pourrault, finde ich sehr schön getroffen. Äh, das passt soweit. Also, ich finde auch die Musik sehr passend. Die habe ich natürlich abgeschaltet, weil ich immer Angst habe, dass das mir dann wieder Stressigkeiten macht, wenn ich das Video gesperrt bekomme. Die erinnert mich, äh, an, also die Titelmelodie im Menü erinnert mich sehr an die, ähm, neuen Sherlock-Holmes-Filme. Die hat mir übrigens sehr gut gefallen. Und, äh, nicht die Serie, also die Serie gefällt mir auch, aber die meine ich ja, ich meine tatsächlich jetzt die Filme. Ähm, und dann die nennt mich das. Also, also generell finde ich die, den Sound, die Vertonung finde ich sehr gut gemacht. Sehr, also wirklich sehr professionell auch. Ähm, ich finde auch diese, diese, äh, Schauplätze gut gemacht. Ich finde die, ich finde das mit dieser, mit dieser Beobachtung, finde ich ein sehr, sehr schönes Element, äh, um eben Hinweise zu sammeln. Also, dieses typische Kriminalroman-Ding eben bei Agatha Christie sind ja immer dieses, aus Details, Beobachtungen, ja, das, das ist ja klassische englische Krimi. Ähm, kein, äh, Rumgeballer, kein, äh, Verfolgungsjagden mit dem Auto oder sowas. Das ist ja der amerikanische Ansatz. Ähm, das, das passt hier auch sehr gut alles rein. Und eben diese kleinen Puzzles, äh, Puzzles, das ist halt ganz einfach, ähm, das ganz, äh, Typisches, in, äh, was er zum Ende diesen Adventures immer wieder vorkommt. Also, ich muss, würde jetzt sagen, ich setze jetzt meinen ersten Cut hier. Gefällt mir sehr gut das Spiel. Das ist für mich eine ganz klare Empfehlung für alle Fans von A, von Adventures, die jetzt aber nicht unbedingt so ein lustiges Adventure ständig brauchen, ja. Ich, ich, ich mag die Deponia-Adventures und sowas, ähm, aber ich brauche, ich, ähm, ähm, ich brauche das nicht immer. Ich muss nicht jedes Mal mir einen ablachen, wenn ich ein Adventure spiele. Ich mag es auch gern, wenn ein Adventure immer ernsthafter ist. Jetzt hatte ich letztens, äh, ich glaube, Argon heißt, da hatte ich zwei oder, ah, ja, genau, da hatte ich alle vier, ja. Die ersten drei sind ja als Trilogie und der vierte Teil ist ja das mit Toledo. Toledo hat mich ja unglaublich genervt wegen dieser Frau, die nicht aufhören wollte zu quatschen. Ähm, die fand ich wiederum, das waren auch ernste, ähm, Adventures, aber die fand ich wieder so übertrieben. Das war so Mystery, äh, das war, das, da fehlte mir irgendwie ja immer die innere Logik. Das war so, das wirkte alles so wahllos, so gezwungen auch teilweise von den, von den, ähm, Bausteinen, die ja mich weiterführen soll. So, dass ich manchmal echt ratlos war, was das Spiel jetzt eigentlich von mir will. Und das ist hier nicht der Fall. Das finde ich hier wirklich schön gemacht, dass ich, äh, hier, ich hab hier einen Tatort. Ich besichtige den Tatort, ich sammle Details, mach mir, äh, sammle Informationen und weiß so eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, also es ist definitiv ein Spiel, das ich empfehlen kann, eben für Fans von ernsthafteren, äh, Adventures. Aber wie gesagt, ich würde jetzt hier jetzt aufhören, erst mal. Das ist aber tatsächlich mal wieder auch so ein Adventure, wo ich auch Lust drauf hab, wieder herzukommen, weil ich das wirklich gut gemacht bin vom Ansatz. Auch die Story lässt sich ganz gut an. Die mit diesem, äh, ABC-Mörder, der eben hier dieses Buch zurückgelassen hat, offensichtlich mit Absicht, er will, er will sein Spiel spielen mit unserem Inspektor hier. Äh, oder, ist das ein Inspektor? Habe ich gar nicht mehr genau. Also mit dem Monsieur auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns hier wieder. Und jetzt zockele ich erstmal weiter ins nächste Spiel. Ich hab hier noch ziemlich viel Programm heute Abend. Ich will noch ein paar Spiele heute Abend ins Infarkt der Games Archive bringen. Ich hab nämlich die Woche über wieder gar keine Zeit, komm wieder in der Sehspiel erst heim. Und, äh, dann, äh, das merkt ihr vielleicht auch. Im Moment hab ich immer so ein, so ein wöchentliches Ding. So einmal die Woche hau ich mal eine Handvoll Videos raus, zu mehr komm ich halt einfach grad gar nicht. Ich will jetzt hier nicht rumweinen. Ich wünsch euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschö.